guten morgen guten morgen lang ist es her nach einem dass es mal wieder einen guten morgen stream gab und ich würde sagen kampagne fortsetzen ich habe lust drauf und ja mal schauen wie weit wir heute kommen in den zwei stunden guten morgen stream mit dabei ist wieder meine tasse kaffee das muss sein so wo waren wir das letzte mal stehen geblieben wir haben noch nicht mal alles aufgedeckt geil wo waren wir stehen geblieben das letzte mal die kann man ja nicht herstellen in der wüste komischerweise wo waren wir stehen geblieben das möchte man eventuell verbessern wir haben zu wenig häuser ok 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 so es müsste jetzt mehr als genug sein wo haben wir denn unsere zweite hammer so er wolles hat dass das hergestellt da wird steinblock hergestellt Nice. Ja, ich frag mich, warum hier Steine rumliegen. Es gibt ein Lager dafür. Einmal eins dahin, einmal eins dahin und einmal eins dahin. Angeglichen hatten wir hier, glaube ich, alles schon. Oh, wenn das rot ist, leckt das Spiel. Es ist keine Ahnung warum. Äh, wir machen mal die Geschwindigkeit doppelt so schnell wieder. Äh, Spiel gespeichert. Sehr nice. Oh Gott, es tut mir leid. Aber es ist noch früh am Morgen. Ein Zeig ist noch müde. Äh, achso, ja, hier sind ja noch die, äh, Mümien. Wie viel Kampfwagen haben wir denn auf vier Stück? Mehr nicht? Ist ja lame. Ist eine Scheune. Wo werden unsere Kampfwagen gebaut? Hier. Zwei Holzteile braucht das Teil. Okay. Okay. Er ist gewidert. Ähm. Was macht denn der? Brot. Und das ist gleich wieder weggefressen worden. Geil. Oh, das war zu weit raus. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall kämpfen. Das heißt, wir brauchen die Kampfroboter. Ich will, bevor ich die Insel verlasse, wenigstens die Map komplett aufdecken. Ja. So, hört mal auf, das hin und her zu schieben jetzt. Was? Oh, 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 oh. Ich will, bevor ich die Insel wegfassen. Oh, oh, oh. auch irgendwo hin. Oder her. Hier. Machen wir auch mal 10 Stück jetzt. Ja. Alter, wie viele Erze. Die werden einfach nicht verarbeitet. Warum? Oh Mann. Aber wir haben wieder ein Häuschen fertig. Ahahahahaha. Wenn ich das jetzt upgrade. Stoffziegel, veredeltes Holzteil. Kommen wir upgrade mal 2 Stück. Hä? Geh doch mal. Hier. Upgraden. Ah, okay. Die liefern jetzt erst mal alles hier rein. Okay, 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 okay. Was ist das hier? Kupferrohling. Okay. Oh, hier ist ja noch einer. Ah ja. Das sind nur 4 Stück, hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Was ist das? Kakao. Schokomöl. Milch oder Kakao brauchen wir dazu. Wasser und Blumen. Ja, ich weiß immer noch nicht, was wir hier für Tiere reinmachen können. Wegen Milch und so. Das ist halt alles nur Bier. Was bist du hier für ein Tier? Mit einem Esel. Das ist ein Strauß, das sehe ich. Kamele gibt es hier gar nicht. Hä? Was ist das? Ah, so war? Und so war. So. Achso, ähm, Weizen. Weizenlager war hier. Jetzt wird das auch gemacht. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Sweet Summer, Kolösten 35 und die Landhäuser kriegen 36 rein. Okay. Okay, okay. Das ist sehr gut. Brauch unbedingt noch eine Baumplantage. Fahrt mal dahin. Macht mal die Mumien kaputt, bitte. Oh, da geht es selber kaputt. Wow. Hey, was? Wow. Wow, wow, wow. Brauchst du Holzteil, Eisenblock, Kupferblock. Gold, Kupfer, Eisenblock. Guck, was haben wir alles da drinnen? Okay, die Steine sind alle weg. Das ist gut. Hier hinten ist auch alles weggeholt worden. Geil. Hier hinten kann man noch was angleichen. Und das müsste das erste Mal gewesen sein. Ne, hier hinten geht auch noch was. Soar. 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 Du 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 du. Datteln wollen die haben. Die kann ich nicht mal anbauen. Wie soll ich Datteln machen wenn ich die nicht mal anbauen kann. Witzig witzig. Du 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 du. Ähm, bauen wir dort nochmal ein Feuerle hin. Wir bauen da hinten auch nochmal eins hin, just for fun. Wir haben unser Gebiet erweitert. Wo hab ich denn jetzt ein Feuer gesetzt gehabt? Ähm. Ach, da. Okay. Okay, hier kann man die Tür tatsächlich weiter ausbauen. Das gefällt mir. Ähm. Ähm. Tu, 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 tu. Uuuuuh. Hier hinten haben sie alles abgefarmt. Cool. Geht ja schneller als gedacht. Das kann man nicht anebenen. Na, das ist jetzt die Frage, was könnte man verkaufen hier? Genau. Importieren soll er ja das alles. Genau. Aber, hä? Na ja. Ich blick da sowieso nicht ganz durch. Bei der Schematik. Aber wir haben verbesserte Häuser. Nice. Dann. Upgraden. 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 So. Dann müssen sie jetzt nämlich was machen, wenn sie bessere Häuser wollen. Äh. Wasserhammer sau wenig krieg ich gerade mit. Und da rein und da rein. Ich frage mich, warum hier drinnen das gelagert wird. Achso. Oh. Ähm. Ja. Okay. So können wir es auch machen. So können wir es natürlich auch machen. Warum werden keine Kampfrotter hergestellt? Was macht der? Ich habe es jetzt gebunkert ohne Ende, aber hier überhaupt nicht, hä? Muss ich nicht verstehen. So, da wir so viele Steine haben. Ah. Ja. 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 Alle Güter akzeptieren, genau. So. Mal gucken, was die hier so alles auspacken. Einiges. Hauptsächlich Wolle. Wow. Was will ich mit so viel Wolle? Da kommen Blumen. Oh. Wir können Tee herstellen. Wir können tatsächlich Tee herstellen. Und da kommt noch mehr Zeug. Wow. Ja, da würde ich sagen, wir lassen das jetzt erst noch mal so. Jetzt geht sie nämlich irgendwie voran. So, wir sollen Bäume pflanzen. Ähm, hier. Eins. Zwei. Drei. Dekorativen Stein. Wollen sie auch noch haben. Äh, wo ist er denn da? Eins. Äh, zwei. Drei. Und einen Billardtisch. Einen Billardtisch. Da hin. Dann brauchen wir tatsächlich die Schneiderei. Ich weiß nicht, ob wir hier schon eine haben. So. So. Das dann da rein. Das. Dann da hin. Äh, hier hinten. Das müssen wir mal weg machen. Denn. Was können wir anpflanzen? Baumwolle. Sehr schön. Dann weiten wir den Spaß hier jetzt einfach mal aus. So. 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 Und so. Mehr werden wir nicht benötigen dafür. Hier unten das kleine Stück. Ah, das lassen wir mal kommen. Scheiß drauf. Äh. Hm, 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 hm. Ah. Komm wir machen da mal noch ein Feuerle hin. Lass mich raten. Nur ein kleines, okay. Ah, hm, hm. Äh, Bau fehlt Holzteil. Oh, 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 wir haben gar kein Holz. Ähm, da müssen wir noch was mal hier hin machen. Da wissen wir doch, was wir hier hin machen. So. Ähm. Daddl. Äh, ne, das nicht. Daddl-Milch-Shake. Jetzt ist tatsächlich die Frage. Wir machen hier immer noch Kakao jetzt hin. Und dann machen wir ein direkt großes Lager dafür. So. Genau. Hier kommt Kakao hin. So. Ähm. Ein Lager. Das Lager. Das Lager für die zwei Sachen. Wird ein bisschen groß werden, aber ist mir schnurzpieps egal. So. 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 Das dahin. Das dahin. Dann. Von hier einmal da und dahin. Und einmal. Dahin und dahin. So. Dann machen wir hier alles weg. Und dann können wir das Lager noch ein Stückchen erweitern. Wobei wir das sogar hier unten noch erweitern können. Bis ans Wasser ran. So. Genau. Genau. So. Genau. Jetzt kriegen wir nämlich auch wieder Holz. Holz. Holz können wir auch da und da rein fließen lassen. Na ja. Wir haben so viel Bier hier drinne stehen. Ei, ei, ei. Achso. Ähm. So. Was braucht das zu bauen? Ähm. Holzteil, Holzbrett. Ja gut. Da sind wir ja gerade dabei. Dabei. Da sind wir ja gerade dabei. Dabei. Du, du. Du, 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 du. Du, 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 du. Okay. Das müssen wir auf jeden Fall mal bauen. Damit die Quest da oben abgeschlossen ist. Äh. Wir bauen das einfach mal just for fun da hin. Und das hier, ein Laufband. Muss ich gerade selber mal gucken. Bauen wir einfach mal da hin. Wow, das war zu weit raus. Äh... Genau. Äh, 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 wir haben einen neuen Kampfroboter. Schön, nach Stunden, Jahre, Monaten, was auch immer. Dü, 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 dü. So, das von hier muss natürlich auch da rein gehen. Und jetzt können wir auch den Rest herstellen. Schön. Gut, der Billardtisch ist auch fertig gebaut. Nice, nice, nice. Oh, nice. Yo. Verbessertes Werkzeugteil, haben wir das nicht schon? Irgendwo haben wir das doch schon, haben wir noch gar nicht, okay. Nee, stopp. Hä? Was ist doch das hier? Eine Teilwerkstatt und die wollen Werkzeugschmiede, hä? Ach hier. Eine verbesserte Werkzeugschmiede. Errungenschaft freigestalten, wo ist der Zahn als Errungenschaft freigestalten? Ein Braumeister. So. Das war mal wieder zweit. Dann. So, das aus dem Lager, da rein. Das aus dem Lager, da rein. Äh, das, 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 das. Ich weiß, ich glaube, da braucht er auch noch Kohle oder sowas. So. Genau. Hier passiert gar nichts mehr, wow. Warum das? Wer weiß. Aber ansonsten hätten wir ja eigentlich alles soweit für Roboterhammer. Vier Stück. Ich glaube nicht, dass wir das hier schaffen, die Insel noch komplett aufzudecken. Warum waren wir hier hinten nicht schon? Weil hier ist ja alles frei. Ich glaube, wir waren da hinten schon. So. Welchen lassen wir denn hier? Vier. Drei. Vier. Fünf. So. Insel verlassen. Ab geht's. Auf eine neue Insel. So, da war mein Käfchen alle. Okay, wir haben jetzt noch die, die, die und die. Hier scheint gar kein Grünzeug zu sein. Hier scheint ein bisschen was zu sein. Und hier ist noch mal extrem viel Grünzeug. Okay. Dann haben wir ja noch was vor uns hier. Los. Was? Als allererstes dürft ihr hier vorne einmal alles freiräumen. Was ist? Hä? Hä? Okay, creepy. Wir brauchen ein Ausgangslager. Aber als erstes wird natürlich wie immer standardgemäß alles ein bisschen frei gemacht. Ähm, akzeptiert hier wird. Erstmal nur das alles. Jetzt können sie nämlich erstmal loslegen. Ja. So, ähm. Einfach alles erstmal wegkloppen hier. Damit wir das Lager erweitern können. Äh, da, 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 da. So. Schönes großes Lager, muss ich sagen. Äh, da, 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 da. So. Jo. Alles schön angeebenet. Dann brauchen wir. Eins. Zwei. Ein Lager für die zwei Sachen. So. So. Und so. Hier wird hergestellt. Steinblock. Hier wird hergestellt. Steinblock. Holzbrett. Hier drinnen darf gelagert werden. Ach. Stahlrohling. Nein. Steinrohling. Holzgriff. Holzteil. Holz. Stein. Das war's glaube ich schon. Mehr brauche hier nicht rein. Ne. So. Dann brauchen wir ein Weizenfeld. Das werden wir hier vorne hin machen tatsächlich. Tatsächlich. So. Ähm. Weizen. Das von den Feldern kommt da rein. Das kommt dann da und dahin. Jetzt brauchen wir noch Wasser. So. Das kriegt hier das Lager. So. Genau. Und dann wird hier weiter weggekloppt. Das muss alles weg. Das muss alles weg. Hier muss alles weg. Ah. Und hier drüben auch. So. die Die I hide. Und jetzt räumen nicht einfach. Ich liebe das Lager. Das war oben dran. Du hast viele Massemetzen. Einmal muy Gutenzus. Eins dahin und eins dahin. Oh, nice, nice. Können wir sogar tatsächlich das nächste Lagerfeuer schon wieder platzieren hier hinten. Oh, schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Kann man das? Ja, geil. Das geht tatsächlich. Äh... So... Erstmal alles wegmachen hier. Was ist denn das da? Ah, Dio Gänse, was? Kapuzineräffchen. Alles klar. Okay. Halt, da habe ich eins übersehen. Äh, was ist das? Schon wieder ein Esel? Nee, ein Wolf. Fenrir, oh. Wer kennt ihn nicht? Dann brauchen wir... Natürlich die sogenannte Roboter. Roboter-Werkstatt. So, ähm, alles von hier nach da. Von hier nach da. Äh. So. Meine kleinen Kampf-Roboter kommen mal dort hin. Und da kann man schon mal die ersten Wege wieder setzen hier. So. So. Und so. Oh, ja, hier unten können wir auch verbinden. Scheiß drauf. So. Äh. So. Da könnte man doch hier eigentlich auch schon mal einen Weg langziehen. So. Und die ersten Häuser können wir hier hinsetzen, ne? So. 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 Dreh ich nochmal. Ah, hier. So, die wollen sowas zum Ausruhen haben. Das bauen wir denen natürlich hier hin. Und Parkbänke. Die kriegen sie auch. So. Und so. Das war wieder zwei draus gescrollt. Achso, was soll das Lager akzeptieren? Ähm, keine Ahnung. Was fehlt denn dem? Holzteile. Äh, das, 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 das und das. So, erstmal aufhören. Haben wir genug entladen. So, jetzt so da gebaut. Das ist sehr schön. Oder ist sogar schon fertig. Ähm, dann erweitern wir das Lager hier hinten ein bisschen. So, dann stell mal her. Ich brauche ganz viele Kampfroboter. Ganz viele. Was kann ich denn eigentlich hier machen? Baumwoll-Plantage. Okay. Okay, okay. Dann können wir dann gleich mit der Stoffproduktion anfangen, tatsächlich. Und zwar... Äh, Textilfabrik. Äh, Textilfabrik. Dahin. Das dahin. Hier das Lager hin. So. Äh, hier wird Baumwolle angepflanzt. Hallo? Hä? So. Genau. So machen wir das. Dann... Ähm... Ofen... Schmelzhütte. Kommt da hin. Das Lager dazu. Kommt da hin. So, hier... Müssen wir tatsächlich vergrößern. Das würde niemals ausreichen. So. Hier darf rein. Äh, Stahlrohling. Kupferrohling. Ähm... Das, 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 das. Genau, denn mehr haben wir momentan noch nicht. Und dann bauen wir daneben direkt den Kohlemeiler hin. Auch wenn der hier etwas anders heißt. Nein, den bauen wir da nicht hin, denn ich brauche die Grünfläche. Dann bauen wir den da hin. Das Lager dazu bauen wir da hin. So. So. Ähm... Holz und Holzkohle soll der nämlich herstellen. Genau. Und das von hier geht nämlich da rein. Sehr nice. Hier haben wir eine Schildkröte namens Robin. Was braucht der Ofen denn zum Bauen? Holzteil und Steinblock. Na dann. Hä? Hä? Wieso ist hier... Oh nein. Ich hab das falsch ausgewählt gehabt. Ups. Ups. Ja gut. Kann ja mal vorkommen. Kann ja mal vorkommen. Oh ja. Oh. Oh. Wir haben eine beträchtliche Menge an Noor und so. Schön. Warte mal. Ich kann die Insel jetzt schon verlassen? Alles klar. Alles klar. Da kann ich das Lager hier einfach schon verlassen. Wow. Oh. Zwei Steine. Dann brauchen wir hier hinten tatsächlich mehr Platz. Äh. Da ein Zinn. Hinten ein Zinn. Da ein Zinn. Und hier hinten kann man wieder richtig schön abernten. Nö. So. Oh. Hier haben wir viel zum Abernten. Holy shit. Aber hier genauso. Okay. Was ist das? Boah. Nicht Erz. Okay. Und das können wir tatsächlich noch nicht abgrasen. Das können wir noch nicht abgrasen. Okay. Interessant. Interessant. Alles weg hier hinten. Alles muss weg. Äh. Einebnen. So. 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 Genau. Ja. Was fehlt dem jetzt noch? Holzteile fehlen dem doch noch. Also die zwei Sachen müssen definitiv immer auf höchster Priorität laufen. Ja. Solange die jetzt hier durchrattern mache ich meine kurze fünf Minuten Pause um eine zu rauchen und mir einen Kaffee zu holen und wir hören uns gleich nach der Pause wieder. daaah. Und dann bin ich Fris's. So. Loß ist es. imo. coaster. Jetzt, ich fetch die anybody kotrieb. Tschüss.